Ich habe vor allem mal eine Werbe-Locke machen lassen. Das ist von Pico. Preislich ist das ganz okay, muss ich sagen. Allerdings sind die Fahreigenschaften jetzt momentan mit dem ESU Standard-Decoder, naja, da muss definitiv ein anderer Decoder rein. Ich habe die Fahreigenschaften mit dem Koffer in der Koffer in der Koffer. Ich habe die Fahreigenschaften mit dem Koffer in der Koffer. Ich habe die Fahreigenschaften mit dem Koffer in der Koffer in der Koffer in der Koffer in der Koffer. Ich habe die Fahreigenschaften mit dem Koffer in der 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 Koffer.